Er summt leise, er kommt langsam schleichend um die Ecke. Hallo und herzlich willkommen zum Unboxing Video des S-Cute der Turno. So und wie man es von S-Cute gewohnt ist, ist das Fahrrad total sicher und super verpackt. Also da klapperte nichts, da wackelte nichts. So den beiliegenden Karton haben wir mal ausgepackt. Wir finden einmal das neue Display von S-Cute, dann die beiliegende Werkzeugtasche, die Pedalen, den Ständer, die Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen, natürlich auch in Deutsch. Diesmal sehr schön ein Rücklicht und natürlich das Ladekabel für den Akku. So und jetzt geht es weiter ans Auspacken. Bevor wir nun gleich das Display montieren, stellt bitte sicher, dass der Stoßdämpfer in der Position steht. Das heißt, der Lampenrahmen muss nach vorne zeigen und die Bremsbeläge quasi aus Fahrersicht gesehen auf der linken Seite. So, bevor wir nun das Display montieren können, löst ihr eure Steuersatzschraube, nehmt drei Spacer ab und setzt dann einfach nur das Display auf. So, dann setzen wir die Steuersatzschraube wieder ein und befestigen das Display. Das war's. Jetzt lösen wir die Schrauben für den Lenker. So, jetzt befestigen wir den Lenker. So, beim Lenkereinbau darauf achten, dass die Kabel nirgendswo verknickt sind, dass die richtige Position ist. Ganz klar, Gangschaltung auf der rechten Seite und wir orientieren uns hier anhand der Markierung der Geriffelten vom Lenker. Das ist der mittige Einsatz erstmal. Schrauben per Hand erstmal leicht vor. So, dann hier die Schrauben mal am besten auch über Kreuz einfach mit dem Inbusschlüssel nachziehen. Ich ziehe auch erstmal immer nur mit der Hand ganz leicht an, weil wir bestimmt den Lenker mal ein bisschen anders einstellen können. Deswegen einfach nochmal handfest angezogen und dann richten wir quasi den Lenker aus. Dafür sind die beiden Schrauben an der Seite zuständig. Den Steuersatz haben wir auch erstmal handfest angezogen. Das ist quasi dafür, dass das gesamte Oberrohr quasi richtig fest ist. Jetzt richten wir den Lenker nochmal aus, und wenn der Lenker in eine gerade Position sitzt, dann schrauben wir quasi die beiden Schrauben hier zu. Das war's. So, als nächstes installieren wir quasi das Display. Das ist auch schön gemacht und ist gut. Grün zu grün kann man eigentlich nicht verfehlen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier ist so eine kleine Einkerbung. Da muss man dann gucken, dass man diese Einkerbung quasi genau dort einsetzt. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Dann ziehen wir erstmal die schöne Folie vom Display ab. Zum Einschalten ist es sehr einfach gehalten. Wir haben nur zwei Tasten. Die erste Taste ist die Power-Taste. Schalten wir ein. Wie man kurz gesehen hat, haben wir auch ein Bluetooth-Zeichen. Das heißt, dieses Display ist Bluetooth-fähig. Und da wird es wohl demnächst auch noch eine App von S-Link geben. Um jetzt das Licht einzuschalten, einfach nochmal die Power-Taste bedienen. Dann sehen wir vorne hier das Licht an. Zum Ausschalten wieder nur die Power-Taste drücken. Und mit der Mute-Taste schalten wir quasi die Motorstufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wenn man nochmal auf das M drückt, dann haben wir jetzt ohne Unterstützungsstufe. So, als nächstes bauen wir das Vorderlicht an. Dazu lösen wir einfach die Schraube am Rahmen. Ich habe die Haltung von der Lampe etwas gelockert, sodass ich die Lampe verstellen kann. Und ziehen dann die Schraube erstmal handfest. So, fertig. So, die Lampe ist montiert. Jetzt können wir das Rad umdrehen und das Vorderrad anbauen. Als nächstes lösen werden nun die Sicherheitsschraube. So, das Vorderrad lässt sich per Hand super lösen. Das ist der Schnellspanner inklusive Federn für das Vorderrad. Und so wie es jetzt hier auch schon eingelegt ist, die Federn spitzen sich zu. Dann nehmen wir die breite Federseite immer nach außen. Und auch ganz wichtig, der Schnellspanner an sich. Der muss auch in der Position angebracht werden, sodass der Schnellspanner gegenüber des Bremssattels liegt. Wir entfernen die Schutzkappen. Wir setzen das Vorderrad ein. Wir setzen die Feder so rum auf. Breite Seite nach außen. Halten hier fest. Drehen von der Seite den Spanner. Nicht zu fest gehen. Nur handfest. Und dann noch der Seite zu. Falls euer Rad nicht freilaufen sollte nach Einbau, könnt ihr noch am Bautenzug etwas justieren. Das hilft in der Regel. Sollte das nicht der Fall sein, müsst ihr die beiden Schrauben vom Bremssattel lösen. Und dann den Bremssattel so justieren, dass ihr ein freilaufendes Rad habt. So, jetzt kommen wir zu den Pedalen. Die sind auch mit dem Aufkleber versehen. Links und rechts. Können wir also nicht zwei wechseln. Da das Rad jetzt auf dem Kopf steht, haben wir jetzt hier natürlich die linke Seite. Die linke Pedale drehen wir links herum rein ins Gewinde. So, und die rechte drehen wir ganz normal rein, wie man das kennt. Wie eine Schraube nach rechts. Und dann nehmen wir den Schraubenschlüssel. Liegt wie gesagt alles mit dabei. 17er Größe. Wie gesagt links herum. So, linke Pedale links Gewinde, rechte Pedale rechts Gewinde. Zum Schluss montieren wir noch den Ständer. Dafür lösen wir wieder die Schrauben. Auch wieder handfest drehen. Nicht zu fest ziehen. Schön handfest. Das sollte reichen. Den Ständer kann man auch noch verlängern oder verkürzen. Da muss man nur die kleine Schraube hier lösen. Je nachdem wie euch das am besten passt. Ist also verstellbar. So, zum Schluss haben wir noch das Rücklicht. Dort sind schon Batterien verbaut. Aber ihr müsst das mal mit dem beiliegenden Schlitz- und Kreuzschraubenzieher, der übrigens sehr gut ist von der Qualität her. Einfach das Rücklicht mal öffnen, ganz leicht. Da sind die Batterien drin. Und hier befinden sich dann so Kontaktsicherung. Das ist ein bisschen Folie. Das einfach rausziehen. Batterien wieder neu einsetzen. Einfach wieder schließen. Dann entfernen wir noch die Folie vom Rücklicht. Und hier ist ein Knopf. Einfach einschalten. Und wieder ausschalten. Und jetzt schrauben wir einfach mit dem Kreuzschraubenzieher die Halterung lose. Und befestigen das Rücklicht am Sattelrohr. Dafür drehen wir den Schraubenzieher einfach um. Hat erst gut sehr schön gemacht, wie gesagt. Lösen die Halterung. Bauen den Sattelabwehrschnellspanner. Schieben das über das Sattelrohr. Befestigen die Schraube. Fertig. So, was bietet das SQT Netuno? Wir haben einen 45 Newtonmeter starken Motor. Das ist der G20 von Wafang. Wir haben wieder die Shimano Tourney 7 Gang Schaltung verbaut. Ein neues kleineres LED Licht. Und diesmal auch ein Hinterradlicht. Da sind zwei kleine Batterien drin. Das Sattelrohr ist etwas länger geworden. Das beträgt jetzt 350 Millimeter. Beim Voyager waren es noch 300 Millimeter. Es ist ein neuer Sattel integriert. Bis jetzt bin ich damit ganz zufrieden. Er fühlt sich eigentlich ganz sanft an am Poppes. Ja, natürlich einen stärkeren Akku mit 522 Watt. Mit integrierten Samsung Zellen. Reichweite wird angegeben mit ca. 100 Kilometer plus minus. Den Test hatten wir ja schon beim Voyager, der mit 70 Kilometer angegeben wird auf der Homepage von SQT. Und wir haben ja 86 Kilometer geschafft. Wobei auf den letzten Metern habe ich den Akku richtig gequält. Weil ich endlich ein Ergebnis haben wollte. Dann haben wir natürlich noch neue Stoßdämpfer von Zoom. Die Federgabel von Zoom kann man verstellen in der Härte. Das finde ich auch gut. Mechanische Scheibenbremsen auch von Zoom. Ja und bis jetzt, wie gesagt, bin ich echt begeistert vom Fahrgefühl her. Also der Motor kommt wirklich sanft daher, wenn man die Motorstufen betätigt. Und ja, ich kann bisher nichts Negatives sagen. Sowas hat sich noch verändert am Netuno. Die Lenkergriffe sind etwas angenehmer und auch, glaube ich, etwas länger. Natürlich die Bremshebel von Zoom mit einer integrierten Klingel. Schön laut. Und die Lenkergriffe fühlen sich auch wertig an. Wir haben natürlich das Highlight vom SQT Netuno, das neue Display. Da bin ich ja vorhin schon drauf eingegangen. Bis zur ersten kleinen Probefahrt fand ich sehr schade, dass man die Motorstufen nicht mehr individuell anpassen kann. Aber nach der ersten Fahrt seht ihr nachher auch nochmal. Also ich war total begeistert von den Einstellungen von Hause aus. Also ich würde da selber gar nichts verändern. Das ist wirklich total klasse eingestellt vom SQT. Und unter diesem Aspekt kann ich super gerne auf die Motoreinstellungen verzichten. Also haben sie wirklich super eingestellt. Was beim Netuno nicht mehr möglich ist, dass man sich hier einen verstellbaren Lenkervorbau installiert. Weil das Display hier im starren Lenkervorbau integriert ist. Habe ich mir jetzt aber auch schlimmer vorgestellt, weil die Sitzposition hat sich auch deutlich verbessert, ohne den Lenkervorbau wechseln zu müssen. Und was man noch machen kann, dass man hier eine Verlängerung quasi noch anbringt. Also das geht auf jeden Fall auch. Und da hat man dann eben in der Höhe noch ein bisschen mehr Spielraum. Jetzt haben wir die beiden Räder mal im Vergleich. Vorne seht ihr das Escuit Voyager und dahinter das Escuit Netuno. Sie sehen auf dem ersten Blick identisch aus. Aber wenn man sich mal die Geometrie anschaut hier vom Voyager, haben wir dann doch beim Netuno eine etwas andere Geometrie. So ihr Lieben, Unboxing, Escuit Netuno erfolgreich abgeschlossen. Ich werde gleich nochmal eine Probefahrt machen, eine kleine. Und ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Casey. Jetzt fahren wir mal Motorstufe 3 im stärksten Gang an. Eine Umdrehung, Pedale und schon ist der Motor da. Aber ganz sanft. Also keinen Ruck bei Einsätzen des Motors. Wirklich. Er kommt sanft und es macht einfach Spaß. Es macht wirklich Spaß. Also ich hatte schon ein paar Bedenken. Na Mensch, Motorstufen kann man nicht mehr selber einstellen. Aber das ist hier gar nicht notwendig. Die Stärken sind von Hause aus so super eingestellt. Die Unterstützungsstufen. Ich vermisse nichts. Ich würde jetzt nichts ändern. Es ist wirklich ein ganz tolles Fahrgefühl. Jetzt machen wir mal Motorstufe 5. Mal gucken, was er bringt. Auch im schwersten Gang fahre ich an. Er summt leise. Er kommt langsam. Schleichend um die Ecke. Also ich bin begeistert. Kann ich nur nochmal wieder sagen. So ihr Lieben, das war es von meiner Seite zum Unboxing Video. Escuit Netuno. Ich freue mich wie immer über Likes, Abos und Kommentare. Und ja, wünsche euch allzeit gute Fahrt. Und bleibt wie immer alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Casey. Ich hoffe es hat dann...